hey sanfte grüße ich habe mal ein bisschen gameplay vorbereitet von der victus also ein bisschen snipe gameplay heute ist alles aus einem stream entstanden besucht mich gerne mal im livestream ein paar schöne clips aktuell meine lieblings sniper die victus keine sniper macht one shot auf kopf bei drei platten deswegen ist es doch fast egal was man spielt einfach das wo man sich am wohlsten fühlt klasse gibt es am schluss des videos werden möchte kann das auch gern durchskippen selbst probieren danke fürs einschauen groß auf dem berg auf auf zwei leute habe ich gesehen spieler ist hier hier da sind Anfab SOLS in der liegt in der ich weiß ich weiß es ist kein Team hier ist noch ein Team. Da ist jemand noch zu collieren. Sie ist hier? Hallo, er ist crack, er ist crack, er ist crack. Rechts ist er, pink ist er. Ich dachte, ich habe zuerst das. lockt, lockt auf dem dach jetzt mal schießen auf das haus, einfach schießen, nur aufs haus, einfach schießen ah, ich führe es mal jetzt hier in Ruhe ah, nur noch eine, scheiße steh etwas genau über dir, stefan über uns segelt etwas auf der straße, links neben mir glaube ich bleib hier hängen, ich bleib hängen ja, das haus ist schon voll besetzt vor dir so knapp, so knapp, so knapp, knapp hallo wir haben vielen pretty snipey today, jetzt muss aber der wind droppen, jetzt müssen wir auch auf 30 schrauben hier den 3 einer knockt, der runter gesegelt ist kannst du pingen wo, ich hab Streak ach, ganz schwierig, nein hier laufen doch ganz viele ich weiß nicht wie wird komplett zielgebiet markiert, der schuss freigegeben komm hoch nirga jungen, wo ist meine fack hin hier die hab ich nirga die hab ich du hast da alle die kacke ey ihr kriegt ja das mit was ihr hier macht wir werden hier gepusht freunde hallo Da läuft einer rein! Mann! Ja, ich seh's. Weil meine Chimera weg ist. Cheated. 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 Oh, ich hab ihn. Haha. Wie viel waren das? Wie viel war das? Wie weit war das? Dauert 50m, 360m. Geil. Hit, Hit. Ich hab ihn vor. Knocked im Wasser, Eisdrache. Guck mal da. Und ping. Ich hab ihn. 354m von mir. Ja, hab beide raus. Hab ihn raus, hab ihn raus. Der geht auf 300m, Chat. Die Victus, die geht. Ich hab die ganze Zeit geguckt, aber bis jetzt waren noch nicht hinter uns zu sehen. Digga, der war vor mir im Bauch. Der war vor mir im Bauch, saß der. Der Mann. Achso, ja, stimmt. Da sind wir noch zu dritt. Cheated. Die sind jetzt hier. Nice. Knocked. Knocked und ping. Geht sie auf uns. Noch einer noch. Da. Hat sie gesagt. Einfach so. Da oben hockt einer. Wie sie so hockt. Oder so, es sind mehrere da oben. Hinter uns. Hinter uns sind gerade 60, oder? Ohne anschmeißen. Kannst du machen, ja. Sind auf jeden Fall Minimum zwei. Ja. Jetzt. Soll ich den Klapp so draufhauen? Mach ruhig. Einer knockt, ja. Ich springe nach hinten runter, einer. War klar. Nach hinten läuft er auch noch. Einer knockt. Da liegt da einer, da liegt da einer. Ist raus? Ja, ich hab den. Sehr gut, was die wichtig. Paris Hilton würde sagen, dass es gar nicht cute. Ich fand die geil. Ich weiß bis heute nicht warum. Und hier springt einer. Einer raus. Bei zwei Teams, at least. Alles klar, der da runter ist aus. Noch einen raus. Das sind zwei. Das sind zwei. Das sind zwei. Nein. Hab einen. Hier ist noch einer. Der ist mit Pistole, Alter. Bist du behindert? Er läuft schon weiter. Raus. Wer hat gelasert? Von der anderen Flussseite. Kann ich landen? Auf 80 Grad, 90 Grad welche Laser? Kann ja nicht hochklettern grad. Ah, das ist das. Oh, nach oben. Einer lockt. Einer lockt. Genau auf Kante. Genau auf Ping. Ich krieg die Krise hier wirklich. Ich hab keine Platten mehr. Woher sind die immer noch auf dem Dach? Ich hab keine Platten mehr. Ja, ich seh sie. Ich hab keine Platten mehr. Ich kann nichts machen. So spiel ich die Victus XMR Freunde. Einmal mit dem Nilsound 90 Schalldämpfer. Tönig voll auf ZV-Geschwindigkeit und die Schosseschwindigkeit. Mit dem Mec8 33-5 Superlauf. Das ist quasi der längste Lauf von den ganzen. Bewegungstempo beim Ziel in volle Hütte. Und unten ZV-Geschwindigkeit effektive Reichweite. Da hab ich auf Null gelassen, weil ich nicht möchte, dass zu viel von der Reichweite verloren geht. Die hat nämlich fast keinen Bullet Drop. VWK LZR Laser zum schnelleren Reihenvisieren. Den XRK Rise schafft. Ein bisschen auf ZV-Geschwindigkeit und ein bisschen auf Bewegungstempo beim Zielen. Weil ich einfach möchte, dass ich, wenn ich links, rechts laufe, dass es schnell geht. Und die Hochgeschwindigkeitsmunition voll auf effektive Reichweite, voll auf Geschossgeschwindigkeit. Viel Spaß.